Minecraft fügt einen neuen Boss hinzu. Minecraft hat bis jetzt drei Endbosse, den Endertrachen, den Widder und den Elder Guardian. Manche würden noch den Warden dazu zählen, aber er hat keine Bossbar. Vor drei Tagen hat der Minecraft-YouTube-Kanal ein Short hochgeladen. Dort sieht man die Frage eines Nutzers, der fragt, ob Minecraft plant, einen neuen Boss hinzuzufügen. Minecraft antwortet auf diese Frage mit dem Video von einem nickenden Villager. Heißt das, dass Minecraft bald einen neuen Boss bekommt und wenn ja, wie würde dieser aussehen? Schreibt gerne eure Vermutungen in die Kommentare, liked das Video und abonniert meinen Kanal.